Das Fazit von diesen Ross vom Jahrgang 20 ist für uns sehr positiv. Wir mussten kein Ross zurückweisen wegen des Charakterproblems. Wir durften alle behalten, auch in Bezug auf das Medizinische. Also es ist für uns absolut gut gelaufen. Ich hoffe, dass sich diese sauber werden. Sie geben im Militärbetrieb.